ok da sind wir wieder wieder ein update cool ein update kit da sind wir hier nein wir müssen hier ja die leiter benutzen nicht nur und da auch nicht ja hier bei dieses viele dinge sag ich doch irgendwas sind die dinge noch dafür nötig seit dem video gibt es nicht die geringste spur von ihnen ich hoffe sie wissen inzwischen wenigstens wo kris ist ok 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 man kann ja dass die waffe hat viel mehr module wir können ja das rausnehmen oder das rausnehmen und das rausnehmen ok die waffen mal tauschen so ich würde aber schon gerne die waffe hier kritisch erhöht die mannstoppwirkung 100% betäuben 50% betäuben und stoppen und sei dann noch ein brauche ich schaden stoppen betäuben und feuerstoß schaden updaten da lassen wir das erstmal so hier sieht viel hübscher aus die Pistole solange hier alles weg bleibt ist alles okay weil nochmal habe ich nicht lust nicht gegen diese Kettensägen gestörten Monster zu betteln das muss nicht sein müssen wir nicht haben dementsprechend schau mir mal wo wir weiterkommen hier an der ganzen Stelle sicherlich interessant und nicht schön was war das er bewegt sich jetzt kommen wir zum aussichtsdeck hier war irgendwie sag ich doch irgendwas was was zum teufel ist das aua das ding macht uns viel zu schwer das ding macht uns viel zu schwer was zum teufel ist das alles zusammen ich Das war's für heute. Ist es weg? Sind wir sicher? Das hat an meiner Munition genagelt. Das ist so ein Aufzug hier noch fährt, ey. Der wurde eigentlich schon... ...demoliert. Irgendwie sieht das hier schon wieder so gefährlich aus, wenn hier Explodinger stehen. Ach nee. Muss ja nicht sein, oder? Boah, das Ding ist gar nicht so schwer. Alter. Wie kann das Ding überhaupt leben? Was ist das für mein Ding? Schau es dir an! Wie kann das Ding überhaupt leben? Ach nee. Was? Was? Ganz sauber ist dieses Ding aber nicht. Ist das nicht nur C? Was war das denn jetzt hier? Was bringt mir jetzt ein Gewehrbeutel? Ja. Das ist sowas für ein bisschen. Was ist das Ding, endlich? Ach nee. Was ist das Ding, endlich? Van das keywords. Guter Glas. Ist ja. Gears, Guter allied es nicht aufregend über. Department weiterhin. Lass uns Machtjưle in Kompi. kmals hat es uns in Kompi. Ah! Ich habe euch einen Rampfen, einen Rampfen. Was soll ich denn ohne Mann tun? Ja, da kommt das Vieh wieder und mäht einen wieder rüber. Was soll ich denn ohne Mann tun? Das ist ein bisschen heftig, ganz im Ernst. Wir haben sie, Alter. Was für ein nerviges Drecksvieh. Was für eine Nacht. Ja, guck mal, das ist irgendwie ein Scan. Das war ja teilweise schon nicht mehr schön. Ei, 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 ei. Ei, wir lassen das Ganze mal so. Echt bitter, dieses Monster. Aber... Vetro Schlüsselgorde. Tag, wo Vetro Teil 1. Endlich sitzen wir eigentlich wieder in der Planung. Wir blenden einmal durch. Haben wir noch mehr? Ah, wir sind draußen. Frischluft. Freiheit. Freiheit. Es tut gut, an der frischen Luft zu sein. Dieses Schiff hat uns echt auf Trab gehalten. Ja, wir haben die ganze Zeit um unser Leben gekämpft. Hoffentlich wird's ruhiger, wenn das HQ Bescheid weiß. Da draußen haben wir, glaube ich, noch keine letztes Mal gesehen, wenn ich mich täusche. So, wo haben wir denn hier vorhin? Ach, nee. Ach so, rot. Das heißt, sie ist nicht okay. Frau in der Elektrik hier. Ja. So. Jawoll. Das sollte reichen. Versuchen wir es. Hoffentlich geht's. Hier Familien. Hauptquartier. Bitte kommen. Hier, O'Brien. Seid ihr zwei okay? Geschafft. Boss, hier Parker. Hier ist die Kacke am Dampfen. Und zwar gewaltig. Ich weiß. Das Ganze war eine Falle und wir sind blind reingetappt. Was heißt das? Was meinen Sie mit Falle? Boss. Okay. Was ist denn los? Was ist, Boss? Sagen Sie etwas. Ein Moment. Hier kommt gerade ein Notruf rein. Nein! Warten Sie! Direktor O'Brien, wir haben einen Notruf von der ESF empfangen. Sie melden Satellitenbewegungen. Die European Security Force? Sprechen Sie. Ja, Sir. Anscheinend wird Terragrigias Solarenergieintegrator reaktiviert. Wir sind also schon mittendrin. Reaktiviert. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Okay. Du hast dich kein bisschen verändert. Parker! H.Q. Was ist los? Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solarenergie-Matrix wurde aktiviert. Sie zieht direkt auf die Kreuzfahrtschiffe im Mittelmeer, die Veltro als versteckt dienen. Die Satelliten, die Terragrigias zerstörten. Sie sind direkt über uns. Sie können doch nicht einfach das Ultimatum ignorieren und das Schiff zerstören. Boss! Hol sie uns hier raus! Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Alter! Katz und Maus. Das war wirklich ein Katz und Maus-Spiel. Eieiei. Das war wirklich ein Katz und Maus-Spiel. Das war wirklich... Oh, neuer Erfolg. So, dann machen wir hier auch mal eine kleine Pause wieder und sehen uns dann dementsprechend später wieder. Bis denne und tschüss!